Die Volturi sind sowas wie die Königsfamilie in meiner Welt. Sie bestimmen die Regeln. Vampire haben Regeln? Du bist ein Mensch, der viel zu viel über uns weiß. Sie könnten uns alle töten. Du gehörst einfach nicht in meine Welt, Bella. Ich gehöre zu dir. Du wirst mich heute zum letzten Mal sehen. Ich weiß, was er dir angetan hat. Bella, ich würde das nie, niemals tun. Ich weiß, wie ich ihn sehen kann. Du bist jetzt also ein Adrenalin-Junkie? Was hast du dir nur dabei gedacht? Bella, es ist Edward. Er glaubt, du wärst tot. Was? Er geht zu den Volturi. Er will auch sterben. Er hat dich verlassen, Bella. Er wollte dich nicht mehr. Ich muss gehen. Er will sie provozieren. Die Volturi werden ihn töten, wenn er sich im Sonnenlicht zeigt. Nein, Edward, du's nicht! Ich hab Angst. Das könnte ein bisschen wehtun. Nein, bitte nicht! Nein,收st nicht! Nein, ich weiß, wie ich es dir. Nein, ich weiß, wie ich es vor. Ich weiß, Ja.